Es war ein krummer Mann, der ging einen krummen Weg. Er fand eine krumme Münze, auf einen krummen Zaun gelegt. Er kaufte eine krumme Katz, die fing eine krumme Maus, und sie alle lebten glücklich in einem kleinen krummen Haus. Er traf eine krumme Frau, und er fand eine krumme Kirche. Dort gab es eine krumme Hochzeit, auf einem kleinen krummen Strand. Sie hatten ein paar krumme Kinder, und sie lebten ein krummes Leben. Der krumme Mann, die Katz, die Maus, die Kinder und die krumme Frau. Sie waren glücklich für eine lange krumme Zeit, lebten ein Leben voller krummer Glücklichkeit. Keine Sorgen, keine Ängste, bis auf den Tag, als die krumme Frau den krummen Mann verärgerte. Er schrie einen krummen Schrei und schlug sie, dann rannte er davon. Für den krummen Mann hatte es zwölf geschlagen. So wurde ihr krummes Leben eine Hölle auf Erden. Es war einmal ein krummer Mann, und er ging eine krumme Meile, und als er seine Frau und Kinder tötete, lächelte er krumm.